so jetzt bin ich wieder hier bei dem händler ich habe in der letzten folge gesagt dass ich jetzt aufladen werde und so weiter abholen werde ja dann bin ich hier zweimal die kurzen holzbretter und einmal diese die langen bretter also wenn der mal einfach gleich sagen würde immer 56 oder was davon und 34 davon ja keine wagen mal richtig voll machen aber nein immer stückweise abgeliefert muss ich wieder zurück dann habe ich das abgeliefert muss ich wieder zurück der typ hat sie doch nicht alle in der hose alle allerdings frank tassen oder so teller wieder runter ja mein arm nein nicht ausfahren mein ding hier runter damit ja so jetzt gehen wir runter alles klar naja Und dann ist er wirklich nicht so weit, aber trotzdem, das nervt irgendwie ein bisschen. Musst du zwei, drei Teile holen? Hat er es abgeliefert, die zwei, drei Teile? Dann sagt er, nee, musst du wieder zwei, drei Teile holen. Die kann man doch ganz locker noch damit reinmachen. Also aufladen halt. Aber nö. Was für ein Dödel, ey. So. Gut, jetzt hat er das Däuten angenommen, aber egal. Oha, das kann ich nicht nennen. Das reicht nicht ganz. Ich habe doch gewusst, dass mein Ding nicht lang genug ist. Ah, ich muss nie sein. Moment. Da bin ich von so nah dran am Haus und dann... Ach, sag mal, das gibt es doch jetzt nicht, ey. Na gut, da muss ich rückwärtsrand fahren. Oder... Zeitwärts weiterfahren hier. Also... So, Moment. Aber dann kann ich halt meine Beine nicht ausfahren, das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Haha. Moment. Vielleicht so. Ah, nee, geht nicht. Die kippen nach vorne. Moment. Noch ein Stück zurück. Okay. Ja, vorne ist... Na gut, muss ich jetzt anders machen. Mal. 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 Wie sieht das aus? ich muss mal eben meine nase putzen eine sekunde oder zwei oder drei so da bin ich wieder also ich muss das denken ja so gucken hoch damit jetzt noch mal diese holzbretter hier holen muss nur wissen wie ach ja dieses häuser bauen das dauert moment so spiel wird gespeichert ok das macht er gleich noch mal dann runter damit und zack ja ich weiß dass ich jetzt immer frei machen muss jetzt muss ich da was machen lassen wir erstmal hier weg aus dieser ecke hier du du So Fuck off mate Moment Prozent der hat wieder aufgefahren Wieso steht er jetzt hier so nach dem Haus So Ne, nach oberst nicht, also nach unten Was muss ich da jetzt nochmal machen? Ach, ausbackern Alles klar Ja, ich habe es einfach dann Warte mal So, ich muss hier in die Warte mal, Fuhrpark Bagger Einsteigen So Der ist jetzt hier Der fällt dann hier hoch Und dann einmal kurz rechts Oder so 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 Ah, warum muss ich jetzt hier wieder Bagger Bagger machen? So, Moment. Alles klar. Ja, wer backet um diese Zeit noch am Baggerloch? Hoppala. So, rein da in die Erde. Einmal weg damit. Das ist nicht ganz voll im Moment. Oh, Moment. Das muss doch andersherum voll werden hier. Das Ding wird nicht richtig voll, oder was? Ja, ist wohl besser. Gut, ich werde jetzt diese Graberei kurz schneiden. Und dann melde ich wieder, wenn ich, äh, ja, sozusagen das geschafft habe. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Also dann einen ganz kurzen Schnitt. So, das ist jetzt meine moderliche Abrechnung. Und er sagt, dass das hervorragende ist. Wir haben einen Überfluss von 138.523. Und müssen halt nur noch bezahlen 74.000. Das ist doch, kann sich sehen lassen. Also, ich kann mal gucken, was haben wir denn da so ausgegeben. Einmalige Ausgaben 30.000 und die laufenden Kosten, ja. Ähm. Strafgebühren. Ja, was wir alles gekauft haben, ja. Okay. Gut. Ein bisschen weiter gepultet habe ich schon, aber noch nicht viel weiter. Wie man sehen kann. Aber, ja. Deswegen mache ich jetzt einen Schnelldurchlauf. Ich habe, wie man Sie selbst verraten her. Aber, ja. Was ich Pastor? Ist halt wirklich gl Mount, ich meine, zwei. Das ist ganz gut, das richtig, das radосzug, aber auch noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die habe ich jetzt nicht da, warte mal. Die habe ich jetzt nicht da, warte mal. Die habe ich jetzt da, warte mal. Genau, den brauche ich. Die Rabatturkosten betragen knapp 15.000. Hallo, was muss denn da repariert werden? Hm, egal. Den brauche ich auch nicht, den anderen. Ja, ich denke, Moment. Ah, so. Und dann jetzt können wir da mal hin. So, hier muss ich langsam fahren. Na gut. Diese Aufgabe ist da weiter. Das ist Wahnsinn. So. Dann werde ich jetzt hier im Kieswerk erstmal kurz machen für heute. Ja genau. So. Und so weiter. So. Ich fahr dann wieder zurück zur Baustelle. Und dann sehen wir uns nächstes Mal in der anderen Folge dann halt eben auf der Baustelle wieder. Bis dahin. Alles gut. Mach dir einen guten Tag. Schönen Abend. Und ja viel trinken und so ne. Also dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. 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 Bye.